Und wieder mal hallo bei Halo Spotnobs. Diesmal haben wir Glassman, Kapitel 5 von Episode 8, auf der Map Control. Dr. Glassman hat um Hilfe bei der Dekodierung einer sichergestellten Allianz-Karte geweten. Fireteam-Quinson ist auf dem Weg. Dr. Glassman aushelfen. Jetzt sind wir Wissenschaftler oder was? Ich will spielen! Lass mich spielen! Lade schneller! Erhaben! Hunger, Hunger, Hunger! Nein! Spartan Thorn hat eine Allianz-Karte gefunden. Ich müsste sie lesen können, aber... Dr. Glassman hätte gern, dass Crimson mal für ihn drüber guckt. Klar, warum nicht? Der Standort ist gleich hier. Wenn ich die Karte richtig lese, sollte dieser Ort ein Energieumschlagplatz für ein Blutsvätergebäude sein. Na okay. Energieumschlag, helfen, bla... Oh, die sind alle unter mir? Oh, ich muss das verteidigen. Ist halt doch scheiße. Heißt, ich muss mich beeilen, um da runter zu kommen. Na ja, jetzt sind meine Granaten auch alle schon alle. Au! Ah, warum ist das Schild nicht gekommen? Fuck! Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier. Jetzt bin ich ja unter denen. Das ist doch dämlich. Scheiß Raketenpenner. Wo ist er hin? Wo ist der Flak, Junge? Macht euch mal alle von Acker! Ja, schmeiß es gegen Wände am besten. Danke. Ja, halt die Fresse und stirb. Bleib liegen. Danke. Ah, alle. Damit kann ich nicht mehr fernrichten. Damit ja auch nicht. Ganz toll. Gib mir ein Karabiner. Unter mir ist... Unter mir ist ein Unsichtbarer irgendwo. Ähm... Ja, ist ausreichend. Die sind immer noch unter mir. Ich hätte jetzt auch hinten rum gehen können. Ach, der hat einen Raketenwerfer. Das ist weniger gut. Ich werde jetzt auf. Stopp! 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 Scheiße Ich kann ihn nicht töten Auf die Weise Da ist der Kabiner nicht stark genug für Die sollen das jetzt funktionieren Ach da geht's Gehe ich jetzt da lang Macht es sich eigentlich besser So Und nun Ich untersuche das Ganze mit Crimson Sensoren Sekündchen Könnte hinkommen Dr. Glassman Okay was haben wir jetzt bewiesen Hm noch nichts Wissenschaft benötigt mehr als ein Beweistück Spot and Thorn Können Sie Ihnen diesen Ort zeigen Na klar Doktor Zorn mein Schatzi Zeig mir den Weg Ja 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 Immer darf ich gar nicht machen Landet der hier direkt Oder wo landet der Wo ist der jetzt gelandet Der ist jetzt Verpisst er sich Verpiss dich Komm schon verpiss dich Verpiss dich Ja danke Kann ich die von hier aus alle abschießen So guten Morgen Jungs Den hat es sofort erwischt Finde ich Mist Ich ziehe den Den Stick zu stark An immer Wo ist denn der Rest hier Hey Ach du bist das Was machen eure Kollegen da hinten Sind da Waffen drauf Das war schlecht von dir Junge Was haben wir da Dachte schon Das ist geschlossen Sprich ich jetzt da rauf Wäre das schlau Ich mach's einfach Warum nicht Gute Arbeit Krimson Danke Die Juni ist die Ausrüstung Ist hier nicht mehr Warum sind die überhaupt Alle jetzt Ihr habt die doch Vertrieben gehabt Ich hab die Vertrieben gehabt Jetzt Sind gerade zwei riesige Lichtsäulen Direkt bei Crimson aufgetaucht Ja Warum Oh das ist einfach nur Großartig So fortschrittlich Wie auch sein mögen Unsere Karten sind Ein Witz dagegen Doktor was soll das Was tun wir hier Ich will sicher gehen Dass ich die Karte Richtig verstehe Mit etwas Glück Kann ich die Infinity Dann vielleicht von Requiem Befreien Also wenn ich das hier Richtig lese Was ich glaube Sollte ihnen eine Aktivierung Dieses Standorts Etwas Zeit verschaffen Schön Und die nächsten Gegner Die warten auch schon Beziehungsweise Ich warte auf die nächsten Gegner Jetzt muss ich erst mal Wieder da rauf Das stimmt ja Man kann hier drüber Ich dachte jetzt hier Wären unsichtbar Auf immer vor mir gewesen Da war nur der blöde Busch Kommt heute noch was Oder erst wenn ich hier bin Dos Nöe Döe Sws Döe Döe Töe S ku Döe Döe Okay, ihr Säcke. Legt den Raketenwärfer weg. Legt die weg. Leck mich. Was du glaubst, ist mir egal. Es geht ums Überleben. So, mein Freund. Wo bist du hin? Du warst ja ein Witz. Komme ich hier nochmal an Gedöns vorbei? Ah ja. Einmal das. Ich hätte jetzt auch die Schwungmodule da nehmen können. Abo zu. Da ich hier wieder weg. Okay. Schießt auf die Geschütz. Verdammt. Penner. Ja toll. Jetzt sind hier meine schon wieder alle weg. Und hinter mir ist jetzt ein Phantom. Scheiße. Ey, was suchst du denn unter mir? Scheiße. Warum hast du... Ach. Fuck. Wo bin ich jetzt schon wieder? Das nervt mich immer, dass man immer an unterschiedlichen Stellen spawnt. So, wo sind jetzt Gegner? Die sind alle unter mir. Jetzt kommen sie alle hoch. Stürb! Stürb! Oh, Sie wollen Zauberei? Wie wäre es hiermit? Thorn, zeigen Sie dem Commander diese Standorte. Ganz tolle Gegend hier. Er hat auf, um mich zu schießen, während ich hier... Mann, die sind von überall. Ich fühle mich gerade schlecht. Au, jetzt habe ich mir auf die Zunge hier bissen. Als ich schlecht gesagt habe. Ey, yo! Du bist schlechter als ich. Ich habe die nur gestreift damit, aber es hat trotzdem ein bisschen Schaden gemacht. Äh, ja, toll. Über die Schwungmodule hoch. Geht schneller. So ein bisschen gefährlicher. Auch nur ein bisschen. Jo, du da um die Ecke. Du da um die Ecke. Oder ihr alle um die Ecke. Kann doch... Mann, oh Mann, oh Mann. Sollte man sich merken, dass so ein Ding hier da ist? Oh, 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 oh. Was ist hier? Hä? Dick, was machst du da? Na, du hast zu früh aufgekommen. Ja, natürlich. Ich ziehe mich doch mal nach oben zurück. Ah! Ah! Hätte ich das vorher gewusst. Das macht Spaß, das Ding. Das Ding finde ich super. Ein bisschen Munition. Da gibt es noch genug. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite auch nochmal so ein Schränkchen mit dem Ding. Juhu, Leute. Hat trotzdem erwischt. Ach, fuck. Diese blöden Perr springen hin und her. Warum bin ich so scheiße? Ich fühle mich wirklich scheiße gerade. Warum bin ich so raus? Es kann nicht immer gute Runden geben. Durchgängig schlecht sollten sie jetzt auch nicht sein. Multi-Kill. So, den habe ich jetzt auch nochmal erwischt. So, und jetzt? Du siehst den Sinn. Ich hole mir einen Nachschlag von der Munition. Wie viele haben wir da noch? Ne, ist alle. Okay. Witz du. Verpiss dich. Was haben sie sonst noch? Mal sehen. Wie wäre es denn mit einer Flak? Rennen wir da auch noch hin? Ist es auf der anderen Seite auch? Nein. Natürlich nicht. Warum sollte er auch? Muss ja nicht den Flammenwerfer hier für Kleinvieh benutzen. Kann ich auch in den Rücken schießen. Mir egal. Schön aufpassen, wo ich hinlaufe. Dann war ich hier um der Ecke. Du bist doch daneben gewesen. Ha! Mit einem Wisch. Sporten, Wisch und weg. Die Karte erweist sich jetzt ziemlich nützlich, Dr. Gleisman. Und es gibt sogar zwei. Ich weiß ja, dass hier Leute gern mal was hochjagen. Die nächste, bitte. Die habe ich gut erwischt damit. Die habe ich richtig gut erwischt. So. Ihr seid was? Nochmal zwei Scharfschützen, wie es aussieht. Wer hat da auf mich geschossen? Niemand schießt unbestraft. Ungestraft. Auf mich. Fuck. Kann ich das überhaupt? Ja, es geht. Irgendwie manchmal reagiert er nicht. Finde ich scheiße. Wer ist der beste Raketenschießer im Kontrollsektor hier? Wo ist denn der jetzt hin? Ist der jetzt unten? Das hieß leider alle. Auf der anderen Seite hatten wir aber noch was. Sie sind dein Arzt, Doc. Ich küsse die Wissenschaft jetzt mal ab. Verstanden. Die Basis sicher, Crimson. Ja, ja. Ich habe ein schönes Spielzeug dafür zum Sichern. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Hallo? Die Musik erinnert mich immer an Aquanox. Wir haben ein paar unsichtbare. So, ich glaube, ich muss langsam mal Waffe wechseln. Mist. Ich brauche auch Munition. Was er will. Einmal noch nachladen. Wen haben wir da um der Ecke? Hallo? Hallo? Musst du hinter dir gucken? Ist da gerade oben jemand langgelaufen? Nee. Doch, oben ist Ena. Aus der Luft geholt. Ist auch gut. Hey, meine Freunde. Ich habe euch gesehen. Soll doch. Ich laufe ein bisschen zurück und gut ist. Aber die werden abgeschossen von der Flak. Gute Sache. Ja. Oh, fuck. Das ist... Das kann jetzt ein bisschen nervig werden, weil... Ähm... Gegen den Dings mache ich nicht viel. Mit den Dingen. Obwohl... Uh. Doch viel stärker, als ich dachte. Bei dem Arsch. Okay, man muss nur mit dem Ding mal richtig treffen. Also so ein Rave auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht nochmal oben lang gehen sollen. Mit entsprechender Munition. Äh, mir entsprechende Munition holen sollen. Okay. Fuck, fuck. Das macht Schaden. Also macht schon ordentlich Schaden. Ich bräuchte jetzt aber trotzdem eine Waffe, die... Mir gerade ein bisschen mehr bringt. Ansonsten macht er mich platt. Ein Sturmgewehr wäre ja nicht schlecht. Äh, gibt es hier gerade nicht. Nee, Kabine. Oder ich hol die letzte Munition von hier vorne. So, mein Freund. Ich hoffe mal, der bringt ihn jetzt um. Alles klar. Zurück zur LZ und dann ab nach Hause. Jippie. Wo ist die LZ? Au. Fallschaden. Nicht in den Strahl fliegen. Darf ich jetzt nach oben laufen oder was soll das? Gute Arbeit, Crimson. Die Abzeichen für ihr Wissenschaftsprojekt kriegen Sie dann auf der Infinity. Ich kriege jetzt Abzeichen für Wissenschaft. Oh, das da hinten sieht ja nicht gerade toll aus. Kapitel abgeschlossen. Okay. Wie kapitel? Ich dachte, Episode abgeschlossen. Wir waren wie so. Das ist doch Kapitel 5 von Episode 8. Also müsste eigentlich Episode abgeschlossen stehen. Ja, gib mir meine Punkte. Immer noch nicht. Ich werde aber noch während des Letzt Plays hoffentlich... Äh... Dings. Ich könnte mir mal das hier angucken. Kriegt man nicht irgendwie Medaillen, wenn man damit den Raketenwerfer da was macht, mit dem Flammenwerfer, mit der Feuerblume... Blume. Ah, okay. Ja, eigentlich war das Episode abgeschlossen. Aber es wollte nicht angezeigt werden. Als nächstes gibt es den Schlüssel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Glück auf. Euer Hyde.